Willkommen zu einer neuen Folge von Softwarearchitektur als Beruf. Wer bist du? Ja, ich bin der Manfred, Manfred Steier, und ich helfe Firmen dabei, auf der Basis von Webtechnologien Geschäftsanwendungen zu bauen. Was steht auf deiner Visitenkarte? Also um ganz ehrlich zu sein, meine Visitenkarte habe ich schon länger nicht mehr verwendet. Ich bin wohl Meister darin, Visitenkarten zu bestellen, die dann irgendwo im Schrank oder im Rucksack versauern. In Zeiten wie diesen ist irgendwie alles digital. Aber wenn ich gefragt werde, was meine Jobbezeichnung ist, dann sage ich meistens, ich bin Trainer, Berater und Programmierender Softwarearchitekt. Das Programmierend ist mir besonders wichtig, weil ich bin der Meinung, dass jemand, der Entscheidungen trifft oder zu Entscheidungen beiträgt, Letzteres ist bei einem modernen Softwarearchitekten wahrscheinlich eher der Fall. Man trägt so Entscheidungen bei, man hilft Leuten, Entscheidungen zu treffen. Wenn man in der Position ist, dann sollte man auch wissen, welche Auswirkungen die Entscheidungen haben, wie sich die im täglichen Doing anfühlen. Insofern, ja, Trainer, Berater, Programmierender Architekt. In allen drei Rollen helfe ich andere Leute dabei, Software zu entwickeln. Wie bist du da hingekommen? Naja, ich habe irgendwie als Kind schon immer so ein wenig mit Computern herumgespielt. Zuerst mit typischen Spielcomputern, Konsolen. Dann habe ich irgendwann einmal einen C64er bekommen. Ich habe meinen Eltern gesagt, der ist sicher auch nützlich für die Schule. Was nicht ganz richtig war, aber natürlich auch nicht ganz falsch. Auf jeden Fall habe ich da dann irgendwann einmal ein wenig programmieren gelernt, aber nicht wirklich professionell. Das war eher herumspielen und schauen, was da passiert. Ich habe das zwar nicht professionell gemacht, aber mit viel Enthusiasmus. Irgendwann später, da war ich dann schon älter, da wollte ich ein Computerspiel auf dem PC programmieren und ich habe dann zufällig beim Nachbarn einen Compiler gefunden, einen Turbo Pascal Compiler. Den habe ich mir ausgeborgt und bei einem anderen Nachbarn habe ich dann kurz drauf ein Buch zu Turbo Pascal VI gefunden und das habe ich mir dann ausgeborgt und durchgearbeitet. Ich habe das wirklich Kapitel für Kapitel gelesen und da bin ich draufgekommen, ja, das liegt mir irgendwie. Klar, ich habe schon ein wenig Vorwissen gehabt, aber ich habe echt gemerkt, es liegt mir irgendwie, dass ich da mir selber so eine Programmiersprache beibringe und ja, so habe ich dann eben Beispiel für Beispiel umgesetzt und dann schlussendlich auch ein Spiel programmiert. Ich glaube, Pac-Man war das. Auf jeden Fall habe ich dann auch gemerkt, dass ich relativ leicht andere Sprachen lerne und habe dann andere Sachen gelernt wie C oder Delphi und irgendwann bin ich dann zur Webentwicklung gekommen. Und das hat dann wohl gereicht, dass ich nach der Matura, dem Gegenstück zum deutschen Abitur, als Webentwickler und dann relativ rasch als Projektleiter für ein Webentwicklungsteam zu arbeiten begonnen habe. Ja, und die Rolle, die war eigentlich gar nicht schlecht, weil damals war es ungefähr so, ein Drittel meiner Arbeit habe ich als Projektleiter verbracht, zwei Drittel als mein eigener Projektmitarbeiter gemeinsam mit meinen Kollegen. Im Projekt und in der Rolle hat man wirklich einiges gesehen. In der Rolle ist man wirklich mit ganz, ganz vielen Themen im Bereich von Softwareentwicklung in Kontakt gekommen. Als Projektleiter hat man sich plötzlich mit Requirements Engineering beschäftigen müssen, mit Prozessen. Wir haben uns damals agile Methoden angeschaut, die waren damals relativ jung noch. Somit haben wir dann das ganze Zeug eingeführt und auch am eigenen Leib gespürt, wie sich das anfühlt, was sich besser eignet, was sich vielleicht schlechter eignet. Aber ich bin auch viel mit technischem Zeug in Kontakt gekommen. Verschiedene Datenbanken, verschiedene Programmiersprachen, Testing und so weiter und so fort. Also in der Zeit habe ich wirklich sehr, sehr viel gelernt und davon zehre ich noch heute. Ja, ich habe dann irgendwann berufsbegleitend studiert. Da hat es ein Angebot gegeben bei uns in Graz, dass man berufsbegleitend am Wochenende ein IT-Studium machen kann. Das habe ich dann gemacht. Somit war dann auch schon klar, wie meine Wochenenden auch schauen. Das hat einigermaßen gut funktioniert. Ich war in der Oberstufe echt ein schlechter Schüler. Das hat mich alles nicht interessiert. Aber dann im Studium war ich wirklich gut, weil da habe ich dann plötzlich Themen gehabt, die mich interessiert haben und wo es auch Anknüpfungspunkte zu meiner Berufswelt gegeben hat. Das war mir dann irgendwie auch nicht genug. Ich hätte es dann noch lieber ein wenig technischer gehabt. Und deswegen habe ich dann nach dem Diplom noch einmal auf der Fernuni in Hagen zu studieren begonnen. Das war ein Masterstudium im Bereich Computer Science. Und das war wirklich geil. Da hat es dann einen riesengroßen Fächerkatalog gegeben. Und da hat man sich dann nach seinen eigenen Interessen und nach einem Regelwerk verschiedene Fächer raussuchen können. Das war echt cool. Da habe ich mich dann noch einmal auf Software Engineering und Datenbanken fokussiert. Ja, ich habe dann irgendwann einmal genug gehabt vom Projektgeschäft. Nach zehn Jahren habe ich gesagt, ja, irgendwie will ich mal was anderes machen und habe dann begonnen auf einer FH zu unterrichten. Habe da immer mehr Fächer übernommen. Anfangs war das Unterrichten berufsbegleitend und dann habe ich das Vollzeit gemacht. Habe mich dann auch irgendwann einmal FH-Professor nennen dürfen. Das ist natürlich Balsam für die Seele. Vor allem die Oma war da sehr, sehr stolz drauf. Und die Oma hat es dann auch gar nicht verstanden, dass ich nach acht Jahren gekündigt habe. Ich habe dann irgendwann einmal gesagt, nach acht Jahren, hey, das ist immer dasselbe. Und ich will mal was anderes machen. Ich will nicht ständig nur die Grundlagen unterrichten. Wobei Grundlagen zu unterrichten, das hat mich auch wirklich persönlich weitergebracht. Weil da muss man sich überlegen, wie bringe ich denn so komplizierte Sachen Neulingen bei. Und das hat mich dann schon irgendwie geprägt und positiv beeinflusst. Auf jeden Fall, in der Zeit als FH-Dozent, FH-Professor, habe ich mich nebenbei schon selbstständig gemacht und habe da Firmenschulungen gegeben. Und das habe ich tatsächlich interessanter gefunden, weil da hat man dann nicht so viel sich mit Grundlagen beschäftigen müssen, sondern man war am Puls der Zeit und man hat aktuelle Themen vermitteln können. Das war dann irgendwie interessanter und in dem Bereich habe ich mich dann auch selbstständig gemacht. Und ja, das mache ich auch noch heute sehr, sehr gerne. Und da zehre ich natürlich aus all den Erfahrungen, die ich auf der FH als Dozent gesammelt habe, aber auch aus den Erfahrungen, die ich im Projektgeschäft gemacht habe und aus Erfahrungen von den letzten Beratungsaufträgen, weil so gewisse Sachen wiederholen sich natürlich. Was hat dich zuerst in den IT-Bereich hineingezogen? Naja, zum einen wollte ich irgendwann einmal ein Computerspiel programmieren. Das habe ich irgendwie ganz cool gefunden. Stattdessen programmiere ich heute langweilige Geschäftsanwendungen. Aber gut, das ist halt das, was am Markt benötigt wird. Und da gibt es durchaus auch spannende Herausforderungen. Und zum anderen, wenn man sich so die 80er Jahre vorstellt, wo ich aufgewachsen bin, die 19.30 Uhr Serien, die haben mich auch in den IT-Bereich reingezogen. Da hat es nämlich in vielen Serien einen Nerd gegeben. Einen Nerd oder eine Nerdin, wenn man an Trio mit für Fäusten denkt. Ich glaube, der hat Murray geheißen, der Typ, der da die Haudegen unterstützt hat, dadurch, dass er halt IT-Stuff gemacht hat. Und zum anderen die Bonnie bei Knight Rider, die hat auch immer coole Sachen gemacht. Und ich glaube, das war auch ein Grund, warum ich damals von meinen Eltern einen C64er gewollt habe als Kind. Weil, ja, ich wollte so ein wenig so sein wie diese coolen Nerds in den 80er-Serien. Was war dein schlimmster beruflicher Moment? Ja, da muss ich sagen, da habe ich echt Glück gehabt. Ich habe wenige schlimme berufliche Momente gehabt. Schlimm war es immer dann, wenn im Projektgeschäft ein Kunde, wie soll ich sagen, Interessen durch Macht durchgesetzt hat, durch Machtspielereien. Das habe ich nicht so gern gehabt. Ich habe gern auf Augenhöhe gearbeitet. Vor allem durch das Auswirkungen von Macht schafft man es dann auch nicht, irgendwelche Bugs von heute auf morgen zu beseitigen. Insofern war das eher kontraproduktiv. Eigentlich für alle Beteiligten, auch für den Kunden, der geglaubt hat, durch Machtauswirkungen irgendwie Probleme lösen zu können. Ja, und in die gleiche Kerbe schlagen dann auch Vorgesetzte, die es halt ab und zu gibt, die vielleicht nicht unbedingt aus dem IT-Bereich sind, aber die dann auch mit irgendwelchen Machtspielereien, mit schwarzer Rhetorik über die Runden kommen wollen. Das habe ich mir damals echt zu Herzen genommen. Mittlerweile weiß ich, jawohl, es gibt halt Leute, die so agieren. Und mittlerweile habe ich auch gelernt, mich davor zu schützen. Ich meine, da gibt es ja aus Technikersicht, würde ich sagen, Muster, die da angewandt werden im Bereich Rhetorik, Rhetorik der Macht, schwarze Rhetorik. Diese Muster sind alle schon ein paar tausend Jahre alt. Und da gibt es natürlich Gegenmuster, die man ansetzen kann. Beziehungsweise ein Tipp ist natürlich, sich gut zu überlegen, mit wem man wirklich eine ernsthafte Diskussion führt. Weil wenn es dessen Interesse ist, einfach nur Recht zu haben und nicht auf irgendwas Neues draufzukommen, die Wahrheit zu entdecken oder neue Erkenntnisse zu finden, dann macht die Diskussion wahrscheinlich wenig Sinn. Seit ich Berater und Trainer bin, habe ich eigentlich die Situationen nicht mehr. Wobei, ich habe da einmal eine Situation gehabt, da hat der Kunde extrem viel Beratungstage und Schulungstage eingekauft und die sind dann doch am Ende nach diesen zig Wochen bei ihrer 90er-Jahre-Technologie geblieben. Die 90er-Jahre-Technologie, die eigentlich nicht zukunftsfähig war. Aber die haben gesagt, nee, da kennen wir uns aus, da bleiben wir dabei. Das war dann wenig lustig. Klar, ich habe zwar die Stunden abrechnen können, aber das war wenig lustig zu sehen, dass der gesamte Beratungsauftrag wenig bis gar nichts gebracht hat. Das war dann übrigens auch der Ausschlag, warum ich mich mit Change Management beschäftigt habe. Was ist die wichtigste nicht-technische Fertigkeit, die dir in deinem Beruf geholfen hat? Ja, ich glaube, ich bin unheimlich selbstreflexiv. Das heißt, ich schaue extrem viel in den Rückspiegel. Insofern gefallen mir auch die agilen Methoden sehr gut, wo man das nicht nur im Ausnahmefall oder nach einer Katastrophe macht, sondern regelmäßig. Damit kann ich mich sehr gut identifizieren. Auch mit der Art und Weise, dass man mal eine erste gute Lösung schafft, Perfektion außen vor lässt und sich dann Schritt für Schritt verbessert, indem man in den Rückspiegel schaut. Ja, und eine andere Eigenschaft, die mir geholfen hat, war sicher, dass ich gerne mich nicht mit einfachen Antworten zufrieden gebe, sondern gerne die Dinge aus verschiedenen Perspektiven betrachte und dann zur Meinung komme, ja, aus der Perspektive ist das ein Vorteil, aber das ein Nachteil und vice versa. Das hilft nicht nur bei Softwarearchitektur, sondern es hilft auch generell, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen und, wie soll ich sagen, einen guten Überblick zu kriegen, einen guten gesamtheitlichen Überblick zu kriegen. Welche Rolle spielt Softwarearchitektur in deinem beruflichen Leben? Nun, es ist ja so, dass es mein Ziel ist, Unternehmen dabei zu helfen, Unternehmenssoftware auf der Basis von Webtechnologien, insbesondere auf der Basis von Angular zu schreiben. Und solche Unternehmenslösungen, die sind nun einmal groß. In der Regel sind die groß und da arbeiten viele Leute dran über viele Jahre hinweg. Das heißt, man muss sich da ziemlich gut über die Struktur so einer Anwendung Gedanken machen, damit uns die Anwendung nicht nach ein paar Jahren um die Ohren fliegt. Kein Manager möchte hören, oi, wir müssen jetzt neu beginnen, alles, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, warum sonst, wir müssen noch einmal zurück an den Start und alles neu schreiben, damit wir neue Anforderungen unterbringen können. Nee, das kommt wahrscheinlich nicht ganz so gut in der Management-Etage. Und ja, das bedeutet, dass wir uns da über, wie schon erwähnt, Strukturen bzw. allgemeiner ausgedrückt über Architektur Gedanken machen müssen. Interessanterweise ist ja Angular ein Frontend-Framework und im Frontend hat man sich wahrscheinlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht ganz so viel Gedanken über Architektur gemacht. Man hat sich wahrscheinlich im Backend viel, viel mehr Architekturgedanken gemacht. Ich sage immer ein wenig ketzerisch, ursprünglich war das Frontend im Architekturdiagramm ein kleines Kästchen. Mittlerweile, nachdem die Frontends immer reichhaltiger und größer werden, gibt es vielleicht für das Frontend sogar ein eigenes Architekturdiagramm, eigene Architekturüberlegungen. Und genau diesen Bereich versuche ich auszufüllen. Und da profitiere ich natürlich von meiner Vergangenheit im Backend-Bereich. Ich habe früher im Backend viel mit .NET und Java gemacht. Und all diese Ideen, die sind natürlich auch verdammt nützlich im Frontend-Bereich, wenn es darum geht, große Lösungen zu strukturieren. Das sieht man wieder einmal. Im Leben ist nichts umsonst. Nicht einmal Java Enterprise in der Version 2. Auf welche beruflichen Ziele konzentrierst du dich derzeit? Ja, ich mache eh schon seit Jahren. Angular für Enterprise-Anwendungen. Helfe da viele Firmen dabei. Angular, diese Web-Technologie, die von Google stammt, so zu nutzen, dass man damit nachhaltige Clients für Unternehmenslösungen bauen kann. Und ja, ich glaube, das wird mich auch noch in den nächsten Jahren beschäftigen. Was ist die Einschränkung an deinem Beruf? Na ja, eigentlich bin ich relativ frei. Ich meine, ich bin selbstständig, habe es mit vielen interessanten Beratungsprojekten zu tun. Eine kleine Einschränkung ist vielleicht, dass dann, wenn ich Trainings mache, ich häufig was erzähle, was ich schon zigmal erzählt habe. Um dem entgegenzuwirken, mache ich aber unheimlich gerne Beratung, weil jedes Beratungsgeschäft ist natürlich ein wenig anders oder jeder Beratungsauftrag, um es korrekterweise zu sagen. Drei Ratschläge an dein 18-jähriges Ich. Ja, ich denke, als Techniker habe ich lange Zeit lang das Thema UX vernachlässigt. Ich habe schon gewusst, das muss gut ausschauen. Deswegen haben wir uns entsprechende Rollen ins Team geholt. Aber UX haben wir ein wenig vernachlässigt. Das ist ein Ratschlag an mein 18-jähriges Ich. Schau dir doch auch noch einmal dieses Thema an oder schau, dass du Leute mit entsprechenden Skills im Boot hast. Weil das kompensiert nämlich das, was ich als Techniker nicht so gut kann. Als Techniker kann ich gut programmieren und Probleme lösen und Requirements aufstellen. Das schaffe ich auch ganz gut. Aber UX, das war nie so meins. Ein anderer Ratschlag ist, schau dir Konzepte genau an. Wenn du eine neue Technologie lernst, lerne nicht nur die APIs, sondern auch die darunterliegenden Konzepte. Weil die Konzepte sind das, was bleiben. Technologien kommen und gehen. Die meisten Technologien sind für ein paar Jahre relativ hip und dann kommt schon wieder was Neues. Aber die Konzepte, die bleiben und die wiederholen sich auch. Das heißt, wenn ich in neues Wissen investiere, dann investiere ich auch darin, dass ich mir die darunterliegenden Konzepte ein wenig genauer anschaue. Einen Blick unter die Motorhaube wage. Und ein dritter Ratschlag ist, Manfred. Schau dir diese Fahrpointer in CC++ doch mal ein wenig genauer an. Dann verstehst du auch die Hardware-nahe Programmierung. Was möchtest du den Leuten mit auf den Weg geben? Ja, ich würde sagen, schaut euch Konzepte an. Weil die bleiben, die sind gekommen, um zu bleiben. Sei es Konzepte im Bereich von verteilter Programmierung. Die wiederholen sich seit einigen Jahren. Klar, es gibt ja immer wieder ein paar neue Stoßrichtungen. Aber vieles ist gleich geblieben und vieles wiederholt sich. Oder sei es Konzepte auch im Frontend. Das, was ich derzeit mache. Datenbindung zum Beispiel. Ein schwieriges Thema, wo es aber auch jetzt nicht unendlich viele Lösungen gibt. Und auch die wiederholen sich. Nur ein paar Beispiele. Vielleicht ein zweiter Hinweis. Beschäftigt euch mit schwarzer Rhetorik. Nicht um sie selber anzuwenden, sondern um euch zu schützen. Um zu wissen, wie man solche schwarzen Angriffe abwehrt. Weil ja, es war für mich immer deprimierend, solchen Leuten ausgesetzt zu sein, die auf der Ebene sehr, sehr stark sind und fast nur auf der Ebene gearbeitet haben. Was machst du in deiner Freizeit außerhalb der IT? Die Frage verstehe ich nicht. Freizeit außerhalb der IT? Nee, Spaß beiseite. Freizeit inkludiert bei mir tatsächlich auch ID. Für einen Außenstehenden schaut es immer gleich aus. Der Steier sitzt am Laptop und programmiert irgendwas oder probiert was aus. Aber tatsächlich ist es so, dass ich auch spielerisch neue Sachen ausprobiere. Habe zum Beispiel in meinem Studium immer einen großen Bogen um 3D-Programmierung herum gemacht. Und auch einen großen Bogen um Compilerbau herum gemacht. Das hat man irgendwie geschafft durch Wahlfächer und so weiter. Und das habe ich jetzt so spielerisch mal nachgeholt in den letzten Jahren. Habe mir meine eigene 3D-Engine gebaut. Das war lustig. Und habe mir auch meinen eigenen Compiler gebaut, der auf WebAssembly runterkompiliert. Das war auch lustig. Damals hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft. Damals habe ich wahrscheinlich dafür keinen Kopf gehabt. Aber heutzutage war das eben eine Möglichkeit, spielerisch meinen Horizont zu erweitern. Ja, ansonsten bin ich eher ein Couch-Potato. Binge-Watching ist etwas, was ich sehr gerne mache. Habe vor kurzem zum Beispiel Haus des Geldes angeschaut. Alle Staffeln innerhalb von ein, zwei Wochen. Und das ist vielleicht auch ein weiteres Hobby. Gute Geschichten habe ich echt gern. Ich werde immer total unglücklich, wenn ich im Kino war. Wenn ich mir einen Hollywood-Blockbuster angeschaut habe. Und wenn da zwar die Effekte gepasst haben, allerdings die Story nicht. Wenn die Story hint und vorn nicht zusammengepasst hat. Das macht mich fertig. Und ja, insofern würde ich sagen, gute Geschichten habe ich wirklich gern. Abgesehen davon habe ich es auch gern, mit Kollegen ins Café zu gehen und zu plaudern. Und ich interessiere mich auch für Geschichte. Also nicht für Geschichten wie im Kino, sondern wirklich richtige Geschichte. Habe da mal eine Lehrerin gehabt, die hätte mir das fast verdorben. Aber ich habe dann im Nachgang, wie ich schon etwas älter war, dann den Drang wieder verspürt, da ein paar Sachen nachzulesen, mir ein paar Dokus anzuschauen, mich mit dem Zeug ein wenig genauer zu beschäftigen. Und wir haben das schon tatsächlich, wie sehr viele Dokus bulletin. Und wir haben das alles bei ten, was ich viel mehr deshalb hier, habe ich das ein wenig falsch gemacht habe. Und das wird dann auch schwer, wenn ich in der Reihe Mamaուw exploration denke. Da ist ein wenig extravagant was es, ich hoffe, dass du wirklich이다 gesündigst sind. Untertitelung des ZDF, 2020